Da wollen wir jetzt nach oben gehen, die Schnullerfee war da. Ja. Willst du mal gucken gehen? Ja. Okay, willst du mit Papa mal nach oben gehen? Ja. Ja? Ja. Okay, komm. So, wir gehen jetzt hoch. Ja. Die Schnullerfee war da und die hat dir ein Geschenk gebracht. Das haben wir dir ja versprochen, ne? Ja. Bitte wieder. Die hat dir jetzt ein Geschenk gebracht. Wir gehen jetzt da rein. Ja. Machst die Augen zu und Papa holt das Geschenk. Ja. Okay? Ja. Du bist tapfer, dass du deine Schnuller abgegeben hast. Ja. Tschau. Sag mal her, mein großes Baby. Du. Ja, genau. Bleib so, okay? Ja. Einfach so stehen bleiben, okay? Nichts machen, nicht hummeln. Augen zu, okay? Okay, die Augen auf. Soll ich dir zeigen, was die Schnullerfee dir gebracht hat? Ja. Okay, jetzt kannst du die Augen aufmachen. Guck mal. Und der Anna. Elsa und Anna, ne? Ja. Wir haben ja gesagt, die Schnullerfee kommt, nimm deinen Nunu mit für Kinder, die das gebrauchen können, für Babys. Und dafür kriegst du ein Geschenk. Ja. Und da? Vielen Dank.